so ganz kurzes update was der android version angeht pc version ich bastel da gerade nur ein paar zusätzliche 2d level android version ich habe es nicht hingekriegt das ding das ding hier umzuwandeln also zu kombinieren das will ich einfach nicht ich habe mal versucht kurz eine neue version zu bauen auf android das funktioniert interessanterweise nur zeigt keine werbung an das ganze ding von vorne zu machen mit werbung wenn es klappt aber einblendung dann werde ich das aber gleich veröffentlichen und direkt und zwar selbst wieder nur in level dabei ist weil ich könnte ernsthaft ja eine werbeeinnahme brauchen weil ich hänge halt in dem job fest scheiße ich würde mich halt gerne hier wirklich auf das zeich so konzentrieren damit ich wirklich was machen kann das ist die pc version da muss ich mal schauen jetzt habe ich dabei noch das eine oder andere 2d level zu bauen man sieht dann müssen wir mal überlegen wenn ich eventuell veröffentlichen 22 22 22 3 3d level ja das ding hier ein ja nicht dran bauen und ich habe nichts verdienen es war ganz nett aber ich bin ich mich ja mal irgendwann eigenen projekten zuwenden ja gut ist das eigentlich gewesen sein